Ah, da hinten ist er. Habe ich eigentlich Heilung? Ja, ein bisschen. Oder wir looten erstmal den Typen hier. Aber dem wurde sein Auto anscheinend erschossen. Guck mal. Erstmal nehmen wir hier einen Boost. So ganz, ganz offen. Wenn jetzt einer hier in dem Haus ist, dann... ...haben wir unseren Spaß. Okay. Keiner da gewesen. Ey, kommt was. Warum fährt denn der so langsam hier vorbei? Ja, die M4. Das wäre ganz gut. Guck mal, da vorne ist beispielsweise einer. Aber ich habe leider nicht mehr viel Benzin. Also... ...könnte... ...könnte knapp werden. Gut, dass ich nicht ausgestiegen bin. Okay. Also... ...könnte knapp werden. Was? Warte, was? Hat der gerade drei Kopfschüsse überstanden mit einem Zweierhelm? Aber auch ganz komisch, warum stand denn der da? Der hat sich ja nicht mehr bewegt. Der war wohl auf dem Desktop, oder wie? Was ist denn da los? Oh, ich habe fast kein Benzin mehr. Meine UAC ist auch nicht mehr so in Topform. Oh, dropp jetzt auf den Berg hier? Komm, komm, komm. Berg, Berg, Berg. Ich bin da wirklich reingerannt und habe auf den Berg genommen. Ich bin da nicht gestorben, aber wie? Oh mein Gott. Oh Gott. Ich wusste doch, dass ich irgendwas gehört habe. Irgendwas habe ich hier gerade gehört. Oh. Oh, das Medkit nehme ich. Tja. Also wenn jetzt hier einer oben ist, weißt du auf jeden Fall, dass ich hier bin. Oh ja, da oben ist einer. Ah. Wollte jetzt nicht so mit Achter fürs Spoon. Oh, der fährt. Ernsthaft, fährt er jetzt weg? Ich habe doch nur ganz kurz geschossen. Schießt einer auf mich. Schießt immer noch einer auf mich. Okay, wir pushen hier nach links runter. Der Typ hier oben hatte anscheinend nur eine Ump. Guck mal, ob ich hier irgendwie... Oh, da ist noch einer gewesen. Oh mein Gott. Hier sind so viele Leute. Wie geil. Ich will mich in dem Spiel einfach so viel wie möglich bewegen, wenn es möglich ist. Oh, der ist hier vor mir. Oder? Ja, und der andere Typ snipet immer noch auf mich. Ist ein bisschen nervig, aber hey. Ich weiß nicht, ob ich hier oben bleiben sollte. Das ist ein bisschen offen. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen weiter runter gehen. Also ein bisschen hier in die Richtung. Und dann mal an der Grenze gucken. Okay. Da war einer. Danke für die Dreierweste, die anscheinend irgendwie nicht mal kaputt ist. So macht das auch mal Spaß hier. Einfach mal eine komplett neue Zone. Warte ich glaube ich nur einmal bis jetzt. Dass man hier oben auf dem Berg so ein bisschen im Finale ist. Schon auch mal was anderes. Oh, hier ist einer. Oh, wow. Krass. Ist noch gut erwischt der Typ hier. So viel abgezogen. Wo hat der den hingetroffen? Helm und Wester? Okay. Ne, der hat mir richtig in den Helm getroffen, der Typ. Oh, schau mal. Da hinten ist auch noch einer. Kann ich mich jetzt echt nicht entscheiden. Ja, allgemein ist sowas ist einfach... Ist einfach nur dumm. Also klar gucken da welche vielleicht vorbei, aber... Was bringt das? Jetzt ist der Typ da bestimmt unten immer noch am Leben. Wie viel Schuss hat denn der? Der ist die ganze Zeit nur am snipen mit seinem Ding. Nur. Ist der Stein hier noch drin? Ne, leider nicht ganz. Ich kann mich auf jeden Fall hier so ein bisschen hinlegen. Seitlich. Von da oben, die sehen mich dann, denke ich mal. Ist nicht gerade cool. Okay, ich hoffe mal, dass ich hier irgendwie rechtzeitig hinkomme, ohne dass es einer sieht. Oder läuft schon einer. Nicht getroffen. Nicht getroffen. Er liegt, er liegt, Spoon. Du weißt selber, dass es nicht so schick ist bei dir. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Heute bin ich echt hier der Schützenkönig. Der Schützenkönig bin ich heute. Jetzt wohnen, du darfst ihn nicht selber demotivieren. Auch wenn du meinen nicht triffst. Das Leben geht weiter. Das Leben muss weitergehen. Oh, ich sink hier irgendwie in den Stein gerade ab. Ich halluziniere schon. Ich halluziniere schon. 1 gegen 1. 1 gegen 1. Dann ist der letzte da oben, denke ich mal. Den, den ich da hochlaufen sehen habe. Weil ich glaube nicht, dass der da oben war. Irgendwie an der Zone gestorben ist. Denke ich mal. Agatelov, Dankeschön. Ah ja, der läuft da ja. Ah, der ist jetzt... Ah, der kann mich richtig gut mit Granaten wegholen. Muss ich echt aufpassen jetzt. Wenn er weiß, wo ich bin. Ich glaube, er ist nicht in der Zone drin. Oder? Oh, oh, oh. Er versucht es. Er weiß, wo ich bin. Ah, links ist natürlich genau der Baum da im Weg. Der macht das gut. Der macht das gut. Der macht das gut. Oh, der Ping-Vorteil. Der Ping-Vorteil. Ping-Vorteil. Oh. Beide wenig Leben. Heilen sich nicht hoch. Knappes Ding. Hat er gut gemacht, auf jeden Fall. Ich bin Super-Vorteil. Ich bin Himmel. Ich bin auf dem hier. Und irgendwann Hayr guckt. Und das ist das, was overwhelm mich. Bis zum nächsten Mal.